Heute nachts im Haus ein Baby verschwunden. Keiner weiß, was bei dir passiert ist. Aber ich höre es. Immer wieder. Irgendwas sitzt hier im Haus. Es beobachtet uns. Es macht was mit den Leuten. Du musst hören, was du hinter deinen Wänden hast. Mama? Ihr habt verstanden, dass dieses Haus nicht einfach nur ein Gebäude ist. Sondern etwas, mit dem wir alle verbunden sind. Was ist das? Was sitzt hinter den Wänden? So viele Fragen. Wenn du nicht aufpasst, findest du am Ende noch Antworten. Das hat dich die ganze Zeit in mir ausgebreitet. Etwas hat versucht, mich umzubringen. Etwas Böses. Es gibt Dinge im Leben, wo denen kann man nicht davonlaufen. Bleib hier. Bis nichts mehr von dir übrig ist.